als ich hatte ich möchte kommen die Anrunden Folgen ja also die letzte Folge waren wir hier wie er so gut ab ich bin als ich ohne die erst und nämlich der unterstrich x1 x als alles groß aus dem her muss ja sie fühlen jetzt hier noch mal im Chat steht Spieler Mister 1 X 1 X Z ja das hab ich grad geschrieben Black ah, Hack Black oder Hack Freunde, ich will Freunde gehabt konntst du mal T slash friend add und ich, ähm, diktiert dich dann ja, wir, ja großes J, O, N, I, klein also sorry, dass hier ein ja, und dann? äh, dann groß T ohne Leerzeichen, oder? ja, groß T m, S ne, T, groß, m, S und S groß, gell, alle drei Buchstaben groß bleiben wir so und nehmen direkt wieder eine auf gell, äh, gell ok, ich hab dir eine Freundschaftsansfrage gesendet ja, dann werde ich jetzt euch beide mal in eine Party lügen ja, ich hab dich als Freund, hallo bin ich nicht schon in deiner Party, weil ich da kurz geliebt bin hallo wo bist du? ähm, der Spieler ist schon in einer Party, ähm, äh, ey, mach mal bitte slash party leave mhm ok, gut bin Party drin hab die Party verlassen ok, gut, und dann ja, easy äh, ok dann, gehen wir jetzt mal den Rund ähm gibt's hier doch auch, wo man drittspielt kann an einem Teamnäher, oder? äh, ne, es gibt nur 1,2,4,8 dann gehen wir mal 4x4 ok, ja, mach ja, diese Runde wird dann mit Leon, die erste, oder? Leon kommt ganz spontan dazu, ich wusste gar nicht, dass er ich hab nur gesehen, dass du hä, warum sind lieb schwebende Betten? das ist ein Schaf, ich kenne diesen Server wirklich, ich war noch nie auf diesem Server drin, ich weiß überhaupt nicht, wo hier ist ok, Leon, wähle dein Tup ist ja sogar, da ist ja Erde ist ja Erde sorry, so, ich dachte gerade, wer denn, wo man spielt hier, wo du bist, ich verstehe, dass du erst mal hier aber, jeder Fakt verkleidert ja, wer, wer, ich jetzt mal mit ein paar Feld und gleich, was geht's, 2,3,2 gut 3,3 das wird auch mit unserer Videobeschreibung sorry Leute, Brader in unserer, äh ausgespielt, TV, Bad, ausspiel in uns in uns, lass uns, lass uns unser Kanal, Info stehen das wir hier, äh, zum Spaß spielen, also nicht auf Todess, wir haben es auch ein bisschen Skill, aber auch viele Fails wir haben keinen Skill ja gut, das ist nicht sehr gut, hier lag ein wir haben wir noch verweilen du kennst wahrscheinlich nicht mal das Kaufsystem, oder? nee, natürlich nicht also so holst die hier Bross oder wie gehst du, lass mich mal erklärt, guck, du kriegst, ähm, also Materialien ja, du siehst, so, ich sehe, viele Materialien nicht habe ja, in der Level-Leiste nein, in der Level-Leiste und dafür kann sie als Sachen kaufen und halt, ja das ist, das ist, das ist, das ist ein System hier ja, das ist komisch aber keine Leute, das ist, äh, keine Sorgen ist, die Videos werden weit wahrscheinlich weiterhin wieder auf Goppe und das im Ziel kommt ja, auf das im Sie und Goppe, das ist die ja, ich werde auch vielleicht noch mal nicht mit Leon und auch mit acht Leuten, die auch noch Skillhaber aufnehmen, aber nein, Hauptsache mit Leon ja mit wem willst du anderen außer mir aufnehmen ach ja du bist schon der witziger M ok guck auf jeden Fall bei Wale.de vorbei das ist der Kanal von der M scheißegal Jungen wirklich wo hat hier Gold und wo man schreit an alle Materialien weg oder die man hat ne nicht alle glaube ich aber größer und deines Sachs ist halt immer weg so dann werden wir jetzt mal und jetzt überhaupt gut holt noch weiter wo ist oder ich habe einfach mitnehmen okay das wird sich Busser ja dann und hat auch immer als Schussblöcke er ja 13 der Bauleiter auch ich bin hoch er nimmt auch nicht gut wie sieht ich das Kind aus komischer Typ mit dem wir aufnehmen ja also ich bin und auch die Arzt begrüße er solltet er gleichzeitigen wie Haut und Rüstung irgendwie aber ich steckte vor kurzem sie hätten die gerade mal alles in der Karte auch ich bin da der Typ ist ja nicht die LRG war oft und dann ja und dann steht sie bei das mit was ein Kopf und so er hat die Hälfte und auch Kornjogel die doch bitte da haben sich jetzt dass ich nicht ich glaube ich habe verstand gut ist ich möchte ich bin da ich habe ihn nur noch vier Blöcke glaube ich habe ich auch verdammt sich gut am Kielbekannten ich habe keinen Fall Stadler in zu Wortlos ich glaube ich behaupte ich habe ein bisschen Bogen und so ein bisschen Bogen Lolle weiß ich bin ich nicht in der ich habe einen Bogen so wie er immer gut aber ohne Bogen ich hab's er genügt bei der Ecke aber da kann ich mir keine Schwerter zu kaufen vor Ort und so viel Schwert herkaufen weil ich auch noch ein so ein paar Schwerter können noch so ein paar Schwerter zu sich über Schöne mit dem Toten und eigentlich würde ich abschießen mit Dumbartort einfach wer gerade oben der hat kein und wo ich bin so scheiße ich bin so schlecht im Bogen schießen er hätte ich eben nicht verlieren er wird das ist doch allgemeinbildung kann ich dazu nur sagen er ist doch oder das rote bei uns und auch an die sich nach oben wir sind großartig schon wieder bei ihr lehren für mich er hat bis jetzt noch bis 6 verkündet aber jemand anders heißt oder nicht das kann die gut sein er heißt ich bin die für weil sie kommt das abgibt weiter wird es ist nur das Ding geht es kennen manche Leute es kennen nur die Leute in Konkord abgucken Ardix auch ab die Erkrankung ist von Kraft aber ich kenne ihn irgendwie dumm wird es werden sein mein Kraft account einfach mal gehackt wird und er dann einfach so sich die Profit vor allem Respekt schelle meine Damen und Herren ob er die Karte erhältlich kommt und gerade eine Spitzhacki ich komme nicht gescheit in die Mitte aber egal ich bin grad nicht der Mitte aber könnte mir jemand nach Hause helfen weil ich hab ziemlich viel Zeug tötest du grad den ganzen Tag nein ich baue mich grad den Weg frei ja und ich hab die Blöcke geworfen Au hast du mich grad runtergestoben Alter ein paar Schatz ich hab grad fast grün rasiert Hallo ich hatte voll viel Zeug du Dummi Oh hast du mich gerade wirklich jetzt runtergeschubst wer ich äh dies ist der andere Typ der nein ich hab dich nicht runtergeschubst das war jemand mit dem Bogen der M-Bahn wird das Video bei dir onkommen ähm wahrscheinlich schon heute oh nice also ähm boah leck okay nein ich hab Blöcke ich hab Blöcke ich hab Blöcke was ist hier los was ist das einzige was ich will Blöcke äh es lebt es tut es bei mir und beide was das ist mein Ping wort da ist auf jeden Fall guter Artillerie und das Schöpfung sind was sie macht es für ein schlechter Ping okay es geht wieder nirgermaßen der M-Stelle in der 20 ich habe es ja ja ich habe ich habe ich glaube ich werde auch mehr gut was heißt was hast du gerade hatten gehabt das Ding äh 28 sich das neue 20 aber mir er hat wie er warst du willst und auch immer aber auch was jetzt ist ein Kind auch gerade zu gegen die erste Stimme er ist mein Ding 3 2 hat sich immer nicht gut aber immer ist schlechter in die Herkunft zieht Herkunft kann ich jetzt abhängen das ist los also ein Pferd ich habe ich noch besser manche die Erzählten ich bin jetzt aber auch nicht direkt neben einer WLAN-Box aber ich habe 800 er hat 807 dieser Teil ist es viel er hat das lieb ist er verdammt viel was soll ich mir davon holen zählen den besten Bogen den besten Bogen, die beste Rüstung und aufs beste Schwert sparen ok wir haben die also einer mit Equip, einer ohne Equip machen gerade alle nieder also wir stehen vor deren Base ok gibt sie eigentlich Kisten? oder ich hab ein bisschen gegeben ja natürlich gibt's Kisten ich hab 1100 ja dann hol dir mal was wir haben Gutscheine, hol dir Gutscheine wir wurden alle getötet nur zu Ihnen was sind Gutscheine? ok hol dir keine Gutscheine leg Sachen in die Kiste aber ich kaufe was soll ich kaufen? Sachen äh Schwerter und Brustplatten und ja wir zwei mal die besten Bogen und einmal leg die nicht in die Kiste sonst kommen irgendwelche Leute die dann ähm äh den nehmen und sie nix ansteuern der Glanz wir haben noch einen anderen ich hab voll gutes Zeug gerne mal bitte aufräumt da kommt die ja ne blau ist allein blau ist allein ich gehe blau ok dann beschützt jetzt die Bette sorry ah Mr. Gamer hat der Bord, das ist zu schön ja ich ich hole mir den jetzt Hanna in Cook? nein ich meine ich hole mir das Bett also der ist in der Mitte irgendwo aha ich hole mir mal hier ist ein oh geil 300 Materialien nice ich hab nur 276 aber egal irgendwie ist es anders aber es ist irgendwie auch ganz gut finde ich ja das ist auch ganz gut so ich hab zwei komplette Bogen Sätze für euch also wer was braucht ja gibt's hier Teleporter Jerry der M ja Kaira und auch vor allem die die blau äh nein 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 gar nicht ich bin die Hattel ich bin ich will auch er läuft damit wobei kubelig schlagen und tut kein Anna wie heißt das Ding um bei Special Items um der Teleporter Oh mein Gott ich hab auf den Band auf die Materialien genau richtig Ding er ist doch jetzt zurück hast du und dann für mich er beboten besten bogen ein halbes der kreise für dich so dass man nicht wer sich kommen jetzt alle erledigt er hatte ich nicht in die kiste für dich einmal bogen einmal feine einmal und leid die immer mal zusammen vor Prozent jahre aber war jetzt auch in den Mittwoch ich habe eine Barrikade ist echt eine gute Erfindung die Kostner 40 macht gleich Bogen schützt wenn sie auf den Weg platziert ist die Städte unterstellt ist rotgeist zu mir alt die Stuttgart oder soll ich unten wollte und gehen um mir gar nicht nicht mehr auf jeden Fall gilt verkennt sich einfach es hat er liegt in der Mitte der nicht von der Kultus Todesjahr Heike aber aber ein Trend sind hier alle abzüchst und das er noch mal ein Fuggold ich guck mal ob bei blau noch items born okay ich bin unten hier hoch ich versuche ich habe eine kleine Base bei blau richtet die sind schon eh bei grün meine ich schaue warte wenn bei grün da lebt doch noch jemand vor allem als ich künstler aus dem liebten damit er dort sie groß wenn man kann wie kann auch mein Gott eine Bogen von den Damen aber hat keine Rüstung jetzt wollen noch item und schlachten da ich könnte kommen ja also ich hier unten liegt voll viel Gold er kann zu bieten oben bleiben ich bin klar mit damit du mich beschützen kannst um gleich ich muss mich ich hab halt gerade ein Leiter wartet bis ich hoch bin ich hab 800 oder so ich hab ein ich hab ein jahre ich ich erinnere mich von der e-kommene kommen es ist ja okay jetzt die los so weit ich bin auch in einem Wohnzimmer also ich habe ich ich wurde auch oben und dann kommt er hat er mitbringt er hat er hat sich ein paar Teile für mich danke ich jetzt mal für den Bogen ja ich hab jetzt genug von Bogen es geht rein ja ich will auch noch ein bisschen Nahrung du kannst rein soll der Bescheid ich bin auch gleich noch da also wartet bist du tot lehrt ich hab ich hab ich scheiße scheiß ich bin gleich tot ich bin tot scheiß ich bin tot ich will nicht zurück 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 ich komme aber geht einfach zurück ich muss wenn sie dann also ich bin fast in der Mitte Hälfte geschafft wer lebt also wer ist jetzt gestorben und nicht doch die da drin ich habe ich ein paar bisschen angehütet er und die Welt nicht leben hat sich noch alle da also ich bin auch da Leon okay bei mir ist grad so ein kleiner Skype ja ist Leon da ja bin ich auch so passt super auf ok ja gut Leon äh es ist ja nicht rein kommt wartet auf mich scheiße das ist gerade einer 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 Seite mit dem Schwert einer von uns ist gestorben ich komme ein kompakt da ist einer mit ankommen mit ein Herz ein Frieden her ich habe zweieinhalb geht die Prozent ja auch wenn er muss ich glaube ich nachdenken also wo seid ihr jetzt gerade seitdem ich denke ich bin gleich da ich bin hinter der uns mehr er steht Jonathan einfach aufgrund geile Fortschritt und Kuh Jonathan, bist wieder da? Sollten wir noch mal reingehen hier? Nee, nee Der versucht mich ein Fronze-Team-Mate zu hitten Ich bin tot! Egal, komm Scheiße, ein halbes Herz Warte, ich muss mal kurz an die Tür, warte mal kurz Scheiße, halbes Herz, halbes Herz, halbes Herz Ich bin tot, ich bin tot Und ich mach doch mal Und du machst dich, ich mach doch mal Ich bin tot, mehr nicht Mehr, du bist so Nein, du machst dich anderthalb So, und bin ich wieder da? Ja, also Hier ist einer rausgekommen, ich hab ihn in den Wohnen gekillt Bist du noch in der Base, oder wo bist du? Oh, bitte So, nur alles, Halt, hältst du dich, hältst du eh Oh, das ist groß die sind einfach worden mit wenn die keine Rüstung haben heute ja bei mir ist der Bildschirm schwarz das ist doch so war noch in der Runde drin steht auf Karo ich bin du bist noch drin ich kann mich nicht sagen dass ich jetzt raus wie du bist noch auch drin in der Runde das soll ich jetzt machen ich hab nix mal auf dem Haus ab ich bin ja da wo in ich stehe bei uns drin ist es nicht nur in der Platz so ich mal reingehen ich will eigentlich nur sagen ich werde auch gleich wahrscheinlich auch wenn ich stärke Tränke holen das ist vielleicht ganz gut sie sind da drin die Dürfener soll wir reingehen zusammen oder Wartburg und war auch nicht ja Jogi wir warten den Brauchstern für den Stärketrank weil es nicht einfach das abschließt die 500 er ist noch Geld er wollte ich nicht ich habe ich konnte jetzt mit dem Wort ab für den Generationstrag Stärketrank der ja wer ist als da ich habe es aber kein Bogen aber das ist egal aber auch nur zwei Schwerden der Rüstung ab diesem Griff ich hab nur noch sechs Pfeiler sie tot na ja warte komm komm warte warte jetzt noch mal neun bloß die Knacken jetzt und dort Leute der Verstattung so ich komme jetzt eigentlich wir haben die der Welt der Generationstrag für die Sekunden und damit sie dann einfach rein jetzt okay ich habe Stärketeil der Regenerationstrag Goldapfel ja geh rein wenn du willst was da kann ich sie rein ich stehe bei euch warte die Achtung ok da 1 1 3 2 1 1 3 3 3 3 alle rein ok ich bin fast tot ich werde die Läge rein ok alle sind ich bin tot aber ich habe ihn auch tot Scheiße Scheiße ich hab nur noch ganz wenige Leben komm probier sie irgendwie shit mach mal Platz Jerry Jerry jemand zurück ich habe ganz viele Schwerter und nix in die Kiste Scheiße ich komm abhalten hier raus halt hier baue nicht 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 die die waren zu viel ich hatte noch ganz wenige Kerzen ich hab die jetzt hier sind wir alle tot bis zu tot leeren nein ich stehe hier noch draußen die die doch also ich habe ein Schwert dann kommt ja komm her schnell ich habe aber sie ich habe zwei Ecke und nicht gemacht ja nur die Stärkung hat und ich habe geklatscht heißt es ist jetzt auch schnell ich bin da aber nicht mehr schütze ich habe noch nicht mehr abt in unserer Kiste habe ich extrem viel zu tun wenn ich so was auf der Stoff auf der Stoff der Stoff der Stoff der Leand doch schon zu viel kann reich ist er hat die Acht die Weck und zwei Hälfte feier abschießen 1 1 rein ich bin schon wieder tot, wie denn? helf mir, helf, warte ich baue mich rein, ich baue mich rein nein, 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 helf mir, helf mir da ist einer an der Seite, ok ich bin tot Joni hier hier sind Schwerter drin ich geh, ich komm, hier und überlebt, überlebt du bist der einzige, der jetzt hier noch was reißt meinetwegen dir auch wieder aus dem Haus raus bist du tot Leon? nein, ich lebe noch halte zum Tag ja, ok, wir kommen einfach mit Schwertern, oder? und ich bin zu genug dort steht ein Gründer, wie sie an die vorbeikommen er mich runterkehlt, wenn ich jetzt nicht so nett verlieben ja gut, was macht der? den haben wir einfach gekillt wo seid ihr? ein Glück drin verschaften einfach Zeit, verschaften einfach Zeit, ja oh nein, nein, nein alles ist gut, ich bin tot, aber ich hab sie richtig gut ich hab 3 oder so wir haben bis zumal beim Bett weg, weg, weg jawohl, Lea, du bist ne Maschine schaffst du dich? schaffst du dich? red-gedieb? ne, niemals, niemals ich komme auch er auch nicht er war da ist noch einer und da er hat auch alle dann los ich gehe mal zu sagen ich muss mich noch aus Korti wie die Endeffekt von der Lauf mehr als nur da kommen Arnie zu mir kriegt die müssen die Gertipp sein Jambon das ist ein Typ nur zur Info sein Kürzer und er denn da ist er noch mehr mehr geht ja an der ich ja auch so die Blöcke zu werden ich hab 3.000 Materialien 3 der 6 hier ist der Bette erbitten bei diesem Weg um über 3.000 Materialien was auf die Zeit habe jetzt auch 3.000 ungefähr das ist die gelten muss ich komme jetzt ja letztendlich zur Mitte gebaut damit er nicht ich habe einfach nicht weiter zwei Uhr an der auf der Kasse war kurz die Mitte kommen und ob ich ja auch nicht kommen wird aus er hat mich zu schnell dreiter Materialien die Erkrankten danke und dann heißt aber ich bin so dummig springen einfach runter auf die Herzen lebt sie noch ich bin runtergefahren obwohl ihr noch halbes herzlösen ich bin locker nicht soll mich jetzt mega equipment nur Menschen an mich rüberwerfen in einer Pelle also ich kann mich auch das Todesqueren da macht es gerne trefft jetzt damit hingehen zu sein übernommen wer wartet mich ich will auch nicht wie viel kostet in der Perle Spetscher und da weiß ich die Zürich ich weiß nicht ob man sie und hat der Perle kaufen ja ich habe eine für dich bisschen teuer ja ich hab's den Norden aber wir sollten uns so ein bisschen legt und damit wenig verwerfen ja klar ich hab von allem des Besten und immer noch 2000 Materialien ja hast du schon Pfeile wie viel Pfeile hast du? kannst du mir noch Pfeile kaufen bitte? äh ja Leon habe ich ähm was wollen jetzt alle von mir? ich kaufe mit noch ganz viel Gold alter jetzt so das mega equip ja ähm in der Kiste Pfeile bitte und eine Ender Perle ja hier dann und Pfeile und hier ernsthaft ah ich brauche noch oh shit ich brauche noch eine OP Spitzacke ja leg mal ein ich war hier gerade auch noch auf der OP Spitzacke ich hab ein Gold Affenmann da noch reingelegt zwei reichen eigentlich oder doch wenn ich sterbe nicht lassen okay ich hab ein OP Spitzacke dann bis gerade in der Mitte Frau auch Blöcke und Essen so der Witt der Weg der muss jetzt ruhig oder kann es mir noch Schutz 3 doch ich hab mir richtig gutes ich hab' ich hab' ich schärfe zwei Goldschwert wenn du mir ein besseres kaufen kannst das ist das beste okay okay ich ach stimmt ich hatte ein ganz billiges Schwert dabei da kannst du noch drängen oder vielleicht sowas ich hab' gar nichts mehr also irgendjemand hat sich schon ein bisschen zu gelb gebaut ich nicht aber vielleicht unser teammate ja ich hab' ich hab' das beste gut was man haben kann Leute alle wenn ich jetzt die Enderpile verwerf Mann und es liegen Pfeile auf dem Weg Nice Jerry wir gehen zusammen rein, Marti noch auf nicht Warte, ich geh' auch mit und dann kann man die Mails sagen wir werden die nicht rack'n, haben welche? Marti stärkt dran reinhauen? Soll ich den Goldapfel schon essen? Ja einen, du hast ja zwei ähm, wieviel Goldapfel hast du gemacht, Joni? Vier Der schießt äh ich hab' nur noch vier Herzen einfach, irgendwie NEIN Ich bin tot und die Enderperle ist weg Scheiße, ich renne, ich renne, er hat mich einmal dafür scheiße Werft euch mit der Enderperle rein, zu zweit, jetzt auf geht's, komm, den kriegt ihr Ne, wir sparen jetzt einfach wieder Nein, geht einfach drauf Doch, du musst mitkommen, der ist verdammt gut equipped Soll ich dir was kaufen? Wieviel Materialien? Ich hol' jetzt einfach noch ne Enderperle und Einserbegruppe Nein, hol' sie besseres Ich hab' sieben Du hol' sie jetzt das beste Equip Und nimm' den Goldapfel Ja, ich hab' die beste Rüstung gekauft Beste Schwert und Bester Bogen Wozu brauch' ich einen Bogen, wenn ich mich reinwerf, ehrlich? Brauch' du noch irgendwas Gold? Warte, stopp, komm her, Goldapfel krieg' ich kauf' dir noch einen, okay? Ne Hol' mir ein bestes Schwert am besten Das beste Schwert Hast du's? Ja, es liegt davor Okay, warte Ich hab's nicht Ähm Wo kann man Gold? Na Ich hab's nicht klären, wo ist es? Hab's da hingeworfen Wirklich Ah, da Kölner, wie Gott Ah, ja, ich hab's Dann hier noch die Blöcke Und dann noch Essen Ich hab' jetzt ein paar Ach, stimmt Ich hab' jetzt ein paar Rüstungen Ich geh' einfach rein Wartet, wartet, wir gehen zusammen rein Hab' die Rettungsplattform Ne Ne, wir müssen dann gleich, wir müssen hinlaufen Und dann gleich Porten Sofort Porten Sofort Porten Dann halt wieder zurücklaufen Er zeigt, wo die Enderperle fliegt, okay? Ja, ähm Und dann gleich in der Mitte Base Aber da weiß ich nicht, ob's gut geht Ne, ah Ich kauf' mir Irgend Ach, stimmt Ich kauf' mir noch Ich kauf' mir noch Ich kauf' mir noch Ich hab' mir noch einen Speedrun gekauft Ich geh' rein jetzt, mega Ja, gleichzeitig, okay Nein, ich bin fast Warte auf mich, ich bin grad' aufm Weg Ah, ne, das war ja unser Typ Wir sind auf'n Dach von dem Oh, okay Scheiße, ich hab' ich auch Soll' ich vielleicht safe in der Mitte bleiben, damit den nicht unter der Betracht Wenn die den nicht kriegen Ich hab' wir hab' ihn, wir haben ihn Ich hab' ihn, wir haben ihn Easy win Hä, will, erleb' noch sein Bett ab Oh, ja Vielleicht ganz hinten voll Bett ab dort 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 das ist ja wohl nur dort da die bis 2 2 etwas länger Runde ich werde sie uns schützt haben ja die Anziehung ist nächster mal wieder und schau